uns fehlt jetzt noch eine sache ich weiß nicht, ich kann ihn nach oben finden Wo ist denn dieses hässliche Büro? Wo soll der letzte Hinweis sein? Oh oh. Das Büro wird irgendwo da unten angezeigt. Das ist auf Ebene 0. Esszimmer? Dann müssen wir irgendwie nach draußen. What the fuck? Da war ich noch nicht drin? Soll ich verarschen? Nehmen wir die Ey, dieses Haus, ne? Oh Gott, Entschuldigung. Okay, jetzt müssen wir raus. Jetzt müssen wir nach ganz unten. Irgendwo raus. Danke, Leute. Okay, wir müssen jetzt... Äh, hier? Erst durch den Ding. Hier durch. Hier durch. Jetzt haben wir eine Quittung. Eine Quittung über die Tresor-Reparatur. Eine Quittung über die Tresor-Alexis Büro. Der Tresor könnte Fallkarte zu Edwards erhalten. Ja, und wo ist dieser Tresor? Eier. 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 Das war's. Der muss doch irgendwo... Wo ist denn ihr scheiß Büro, wenn habt ihr Angst, ey? Oben ist auch nichts. Hier waren wir auch drin. Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Wir haben doch alle Räume jetzt schon durch. Privatzimmer. Hier ist das Büro. Und hier soll die Fallakte irgendwo drin sein. Hinter irgendeinem Bild. Jetzt sag mir bitte nicht, wir sollen... Hinter irgendeinem Gemälde soll das sein. Hier sind ja nur 30... 30 Gemälde... Oh Leute, ich muss mal ganz kurz auf die Toilette. Ich bin gleich wieder da. Moment. Ähm. Da hinten ist noch ein Fenster. Gemälde. Das soll hinter irgendeinem Gemälde versteckt sein. Guck mal, die hier unten hat zum Beispiel auch ein Loch im Auge. Ja, hier ist die Geheimkammer. Ist hier noch irgendein Gemälde? Danke an euch alle. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus, peace, schubi, du. Auf weitere Monate. Jetzt darf ich nicht an den Tresor? Oder was? Na klar. Ah! Juhg, danke schön für 6.5.2.4. habe ich die info vielleicht war schon eingesammelt irgendwie vielen dank ich glaube sie von mir wir haben gar nicht so viel eingesammelt die runde die runde Aha. Eins. Das war's für heute. Untertitelung. BR 2018 I guess I got it. Okay. 1? Wo ist denn das Teleskop? Also mit 1 fängt es an. 1, 9, 7? Jetzt brauchen wir irgendeinen Hirschgeweih. 1, 9, 7. Wo ist die Uhr? Ne, 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 ne. Ist das? Nein. Wie pass ich? 1, 9, 7, 5? Jo, 1, 9, 7, 5. Mission complete. Gut. Well done, 47. Äh, Diana? Diana? Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, aus. Diana ist gerade in Brandenburg. Internet ist ganz schlecht. Kassel, danke schön für 20 Monate und willkommen zurück. Vielen Dank. So, ich muss nur kurz mal gucken hier. Aber ich brauche kurz mal Hausputz. Wo ist denn Hausputz? Top Gear. Ha! Finden sie alle Hinweise an allen interessanten Orten beim rätselhaften Mordfall. Ey, Maga, mir fehlt ein einziges schon wieder, damit ich das abschließen kann. Eins. Fuck. Ah. Und es wird nicht angezeigt auf der Karte. So, zischen wir jetzt eigentlich ab oder gehen wir nochmal zum Butler? Ich glaube, wenn wir zum Butler gehen, der Butler möchte mit uns ins Büro gehen. Und das könnte fatal enden. Haben wir noch einen Speicherpunkt? Ja, ne? Oh. Leute, wir haben das Ganze ohne Speicher gemacht. Ja, boit. Gregory, you're taking over for mother now, she's really gone. You better get your ass in gear. Oh, get off my back. Wir müssen nochmal kurz mit dem Butler schnacken. Ey, mir fehlt ein so'n hässlicher Hinweis, ne? I hate it. I hate it! Wo ist denn der Butler jetzt? Fuck. Der Butler ist nicht da. Okay, wir müssen kurz mal warten, bis der Butler kommt. Luca, ich grüße dich. Cutler, ich grüße dich auch. Moin. Wir warten einfach mal kurz auf den Butler. Vielleicht hat der ja noch einen Hinweis oder so. I knew it. I knew it, chat. Fuck. Fuck. Everybody likes to filmen. How are you today, sir? Wir good. Let the portrait photographer check out to verify his identity. Have you ever fallen in love with someone you were hired to protect? Like me? I think we should get back to her. Yeah. Yeah. I have Schmutter gemacht! Scheiße, wo ist er hin? Hey, Butler, wo bist du? Fuck. Wo ist der hin? Der Butler. Oh, nein! Ich wusste, er findet den Körper. Super. Ich muss den Butler verkleiden. Ui. Man kann sich nicht mal als Butler verkleiden, Leute. Ich habe keine Ahnung, wo der letzte Hinweis ist. Ich weiß es nicht. Ich würde ihn gerne finden, aber... Aber... Ich habe die nicht vergiftet. Ich war es nicht, Leute. Ich habe die nicht vergiftet, die Frau. Ich war das nicht. Aber die Mission ist irgendwie cool als... Äh, als Investigator hier. 47. Wir sind überall. Geh, geh raus! Es ist der Konstantin. Shit! Äh... Uh-oh. 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 Na, da bitte. haben wir ja nur ein zwei sachen gemacht und das müssen wir alles noch mal machen missionszeit eine stunde ist 27. Na Sveni, kommst du da unter? Shortballer Oh, hier ist Dietrich Sock 3 Gifted A tier 1 Sub 2 AT 82 They have given 512 Gift Subs in the channel You need to find Olivia She will know what to do I wish there had been more time And then there were none Thank you Miss Burnwood Now, it's my turn Boah, aber doch nicht unser Freund Boss wants you alive Yeah How about now? Over here! Cover me! Nein! Walk away Or what? You gonna take us all on? Don't Tell the Constant to start running You think you've won 47 is out there What? And 47 never misses his mark Neither do you Miss Burnwood That's what makes you valuable You're delusional You think I would betray 47? You think I would betray 47? You think I would betray 47? Trust me You owe him nothing You owe him nothing What is this? I told you we could help each other I told you we could help each other And I meant it I look forward to your call I look forward to your call Stay out of sight Jetzt bin ich gespannt Leute Jetzt geht's nach Berlin 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 We're all that's left now Ja, dann geht's jetzt auf nach Berlin ski Ach was Hitman 3 Das haben wir gesehen Wir wollen jetzt nach Berlin Ach du Scheiße Wir dürfen nichts mitnehmen Ei, ei, ei Na dann mal los Kontaktieren Sie Olivia Wir haben die beste Wir haben die beste Mission Hallo du Berlin Ha Willkommen zu Brandenburg Wir gehen jetzt Olivia kontaktieren Drück Druck und füge ein Paint ein Hallo in was für einer Zeit leben wir denn hier? Fountain du Hör einfach mal alle Tasten Lass deinen Kopf fallen Oh 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 Das bedeutet nichts gutes Oh 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 Ne F12 ist es nicht Oh oh Ich hab keine, hab nichts dabei Keine Waffen, gar nichts Okay Ich hab ein Messer Ich hab ein Messer Leute Ist das jetzt Berlin? Ja ne? Eigentlich schon Ich hab ein Messer Wir wurden kompromisiert Abort und weg weg, jetzt Wer? ICA Ich trage mich Ich weiß nicht wie Das ist was sie tun Wie viele? Ein Prima Asset und eine ganze Reihe von Up-and-comers Sie haben die Klub für uns Gott, ich glaube ich habe einen von ihnen Ich habe eine von ihnen Geh raus jetzt bevor sie dich Nein Sie haben uns einmal Sie finden uns wieder Sie finden uns wieder Dann Keep your head down I'll take care of this Berlin, Deutschland Wo soll das denn sein? Ajo Wo soll das denn bitte sein? Eliminieren Sie Again Nein, keine Begriffe von uns Ja, ich werde Ich habe immer mit dem Buch Ich arbeite immer mit dem Buch Aber nicht mit dem Weg Agent Price Das ist wie ein Knochen in einem Knochen Just keep trying Agent Montgomery Our client considers Agent 47 and Olivia Hall as a serious threat You can't underestimate them I never do, Jao We'll find them We're all in position Good Report back to me If there's anything Don't worry Ach du Scheiße Is das eine Diskothek? Okay Okay, cool Slack Okay, wir sind doch in Berlin Wir sind doch in Berlin angekommen Das sieht pretty much nach Berlin aus Yes, yes Elfried? Kennt ihr jemanden? You know Kaput Yeah, I'm looking It's very annoying But I'll meet up with you inside Once I find them Okay Yeah, I'll see you Thank you If you don't Labour We Do Can Can Do To Untertitelung des ZDF für funk, 2017